Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, dass ich alle acht Wochen ins Kosmetikstudio fahre und einen Lash und einen Browlift machen lasse. Das kostet 100 Euro. Beides zusammen. Das ist eine Menge Schotter und das sind Kosten, die ich für mich auch im nächsten Jahr weiterhin reduzieren möchte. Dieses Jahr war ich, glaube ich, auch nur zweimal selbst dort, weil ich es zeitlich nicht geschafft habe anders und ich es gleich mit einer anderen Kosmetikbehandlung zusammengepackt habe. Ich habe aber etwas für euch, womit ihr wirklich diese Kosten, die immer wieder entstehen, reduzieren könnt. Und dafür benutze ich die Sets von Niklai. Ich habe die von Purish diesmal neu zugeschickt bekommen. Ich kenne die aber schon. Ich habe sie auch schon benutzt und finde, dass das eine richtig, richtig gute Sache ist, um eine Menge Geld zu sparen. Deswegen werden wir heute einen Browlift bei mir machen. Einen Lashlift mache ich nicht. Das habe ich nämlich noch drauf. Das sieht immer noch gar nicht so schlecht aus. Meine Augenbrauen könnten aber ein bisschen Definition gebrauchen. Und ich zeige euch heute, wie einfach das funktioniert. Ich mache das total gerne am Sonntag. Heute ist auch Sonntag. Ich habe es jetzt für euch früher gemacht. Ich probiere bei mir einmal die Woche, vor allem sonntags, wenn Danny Twitch-Livestream hat, habe ich zwei Stunden, die ich wirklich für mich so Selfcare mache. Das funktioniert im Moment ganz gut. Und da mache ich dann Masken und Cremes und Rasieren und alles Mögliche mache ich dann am Sonntag. Und deswegen wollte ich euch vielleicht so eine kleine Inspiration geben. Ansonsten ist das auch eine tolle Sache, um sie zu verschenken. Vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt zu Weihnachten, wobei vielleicht klappt es sogar noch. Ansonsten ist das ein tolles Geburtstagsgeschenk für zwischendurch. Es geht um Niklai. Es gibt das Ganze einmal als Lashlift. Wie gesagt, das habe ich schon drauf. Da sind dann so tolle Tools mit drin. Ihr habt diese Sachets mit den Flüssigkeiten. Ihr habt ein Spoolie mit dabei, ihr habt den Kleber und ihr habt dann alle Applikatoren, die ihr braucht dafür, um das selber zu Hause zu machen. Ich zahle, wie gesagt, glaube ich, im Kosmetikstudio für Lash und Browlift 100 Euro inklusive Färben. Das ist utopisch der Preis und muss nicht sein. Das Set kostet, glaube ich, 29 Euro. Und ich frage mal, ob ich einen Code bekomme. Dann schreibe ich ihn euch hier einmal mit hin. Wir machen heute ein Browlift. Setzt euch entspannt hin. Wir haben ganz, ganz viel Zeit und ich freue mich drauf. Ich habe euch jetzt mal ein kleines Stückchen näher geholt, dass ihr euch meine Augenbrauen ansehen könnt. Was ist das Ziel von einem Browlift oder einem Lashlift? Ich übertrage es jetzt mal auf beides. Augenbrauen und Wimpern sind Haare. Und wir machen heute im Prinzip genau dasselbe wie eine Dauerwelle, nur auf den Wimpern und auf den Augenbrauen. Ich mag es ja total gerne, meine Augenbrauen sehr, sehr buschig zu haben, beziehungsweise aber auch die Wuchsrichtung so ein bisschen vorzugeben. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich hole euch noch ein Stückchen näher ran. Dass hier vorne die Haare beispielsweise nach oben wachsen. Aber je weiter ich nach außen gehe, desto schräger werden sie. Und hier kippt es dann nach unten. Und das ist dann super, super schwierig, die Augenbrauenhärchen zu stylen. Wenn man sie vor allen Dingen so ein bisschen geliftet haben möchte. Wenn man sie ein bisschen höher, buschiger und ordentlich haben möchte. Und mit so einem Browlift hält das sechs bis acht Wochen. Also mehr als anderthalb Monate auf jeden Fall. Bei den Wimpern sogar noch länger. Bei mir zumindest. Weil ich einfach auch mittlerweile sehr, sehr vorsichtig bin. Die sind schön nach oben gebogen. Wir machen es heute bei den Augenbrauen. Und dazu starten wir mit dem ersten Schritt. Ihr habt hier wirklich alles mit drin. Hier ist ein kleiner Spoolie mit dabei. Der kommt super süß verpackt. Ist auch schön für unterwegs, finde ich. Damit kann man hier dann so ein bisschen durchgehen. Und das Ganze schon mal anschauen, wie man möchte. Dann gibt es zwei Sachets. Ich komme mit diesen Sachets zwei Anwendungen zurecht. Ich brauche nicht so viel. Mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Das heißt, eine Anwendung kostet 10 Euro ungefähr. Im Vergleich zu 55 Euro für eine Anwendung. Also es ist schon eine große Rechnung. Bestimmt kann man die auch einzeln nachkaufen. Das muss ich aber mal nachschauen. Dann gibt es das Brow Lift Zubehör. Und zwar haben wir zwei von diesen kleinen Mini-Stäbchen, mit denen ihr das Produkt auftragen könnt. Wir haben dieses Y-Applikator-Ding. Damit könnt ihr die Haare wirklich perfekt in die Richtung packen und glatt drücken. Das ist ganz, ganz wichtig gleich. Und was ich super cool finde, ist, hier ist auch so ein kleiner Ring mit dabei. Wo man das Produkt reinfüllen kann und dann perfekt dosieren kann. Ich hoffe, wie ihr seht, ich hoffe, ihr seid recht scharf. Der erste und wichtigste Schritt meiner Meinung nach ist Tatsache das Desinfizieren, beziehungsweise das Reinigen der Augenbrauen mit Alkohol. Ich mache das meistens mit einem Händedesinfektionsmittel, einfach weil der Alkohol drin ist und das auf der Haut gut funktioniert. Und damit reinige ich wirklich intensiv die Augenbrauen. Es ist wichtig, dass kein Fett und kein Öl auf den Augenbrauen drauf ist, weil sonst das Produkt nicht wirkt. Ihr seht sofort, schaut mal, da kommt so viel Farbe und Schmoller noch mit raus. Und das hindert die Augenbrauen daran, in die Form zu gehen. Widerlich. Augenbrauen sind sauber. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt, bitte, fasst die Augenbrauen zwischendurch nicht nochmal an, weil ihr dann wieder Öl raufkriegt. Und dann nehme ich mir einfach, das ist ein Spoolie, gehe jetzt erstmal schon mal durch. Und jetzt wird es ein bisschen spannend, Freunde. Ich hoffe, der Vorführungseffekt klappt, aber ich wollte euch da einfach mal mitnehmen, dass ihr das mal seht. Es gibt ein Kleber. Das ist im Prinzip wie ein Wimpernkleber, sieht auch ähnlich aus. Und damit machen wir jetzt folgendes. Ich habe mein Y-Tool hier und ich starte erst vorne. Ich nehme ein bisschen von dem Kleber und klebe jetzt hier, geht richtig an die Wurzel ran. Y-Tool und Bürste da durch. Ihr könnt das hier benutzen oder, das mache ich meistens, geht ein bisschen schneller, einfach hier durch. Richtig schön viel Produkt. Es ist wichtig, dass ihr viel Produkt nehmt. Und dann mit dem Spoolie erstmal in die richtige Form bringen und dann mit dem Tool nochmal durchgehen und die Augenbrauen wirklich trennen. Das ist ein bisschen scharf, damit man das Ganze gut in die Richtung bringen kann. Und ihr seht sofort den Unterschied. Ich übertreibe gerne ein bisschen mit der Dimension. Ich mache sie auch immer sogar noch ein Stückchen mehr als eigentlich gewollt. Also vor allen Dingen hier gehe ich wirklich hoch, weil ich sie dann am Ende lieber runterkämme, als sie hochzukämmen. Das ist beim Stylen der Augenbrauen einfacher. Und jetzt seht ihr auch im Vergleich, so wird sie am Ende aussehen und so ist sie jetzt gerade. Also natürlich. Schön antrocknen lassen und jetzt bleibt das Ganze so. Auf der anderen Seite machen wir genau dasselbe. Mittlerweile habe ich da eine Routine. Wenn ich da jetzt nicht so viel quatschen würde zwischendrin, gehe ich einfach durch, hochbürsten. Noch ein bisschen hier, da wo es vor allen Dingen bei mir so ein bisschen wüster ist. Das ist vor allen Dingen hier außen. Und hier vorne mache ich sie sogar fast ins Zentrum, weil ich natürlich das Ganze so ein bisschen strecken möchte. Und ihr habt jetzt natürlich dann noch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu formen. Also wenn ihr das nicht so hoch haben wollt, könnt ihr es wieder ein bisschen runter machen. Ich möchte es aber jetzt genau so haben. Und glaubt mir, das macht so einen krassen Unterschied. Ich habe ein Vorherbild gefilmt eben. Ich zeige euch nachher auch ein fertiges. Jetzt sind die Augenbrauen so in der Form. Und ihr seht gleich, wie viel höher das Ganze wird. Ihr könnt natürlich eure Augenbrauen vorher auch färben. Dunkler oder heller. Ich mache sie meistens immer ein bisschen heller. Und jetzt kann es dann auch schon losgehen. Und jetzt haben wir diese zwei Sachets. Einmal mit Step 1 und Step 2. Hier steht auch alles nochmal drauf. Es ist aber wirklich extrem einfach. Also du brauchst nicht viel. Ich reiße mir das meistens so vorsichtig auf, dass ich es am Ende dann auch wieder zukleben kann. So ein kleines bisschen. Und fülle mir dann etwas hier hinten in meinen kleinen Ring. Nehme mir jetzt diesen kleinen Applikator. Mische das Ganze. Und trage mir das wirklich gut hier rauf. Das riecht ein bisschen. Ja, halt so wie als würdest du dir die Haare färben. An die Wurzel, da wo die Haare unten rauskommen, ist, finde ich, am wichtigsten. Und zwar überall hin. Das Schöne ist, es gibt diese Sets ja auch in ganz, ganz günstig. Das Problem bei diesen günstigen Dingern ist, die kaufst du. Die sind dann auf chinesisch beispielsweise. Und ich vertraue dem nicht ganz so, was die Inhaltsstoffe angeht bei dieser Art von Produkten. Deswegen kauft es lieber 5 Euro teurer. Aber ihr habt dann Inhaltsstoffe, wo eure Haut danach nicht abfällt. Wisst ihr, was ich meine? So, so sieht das Ganze aus. Ich mache das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal schnell. Und dann haben wir den ersten und aufwendigsten Schritt tatsächlich schon geschafft. Und dann wird es gleich lustig. Überschuss mache ich mir so ein bisschen von der Haut runter. Dass ich nicht so viel Hautkontakt habe. Aber es brennt halt nicht. Verrückt, oder? Dass ihr mich so lange mal so ungeschminkt gesehen habt. Wow. Frischhaltefolie ist da. Ich reiße mir dann nur ein ganz, ganz kleines Stückchen ab. Ein zwei. Und jetzt warten wir. 10 bis 15 Minuten reichen meiner Meinung nach auf jeden Fall schon. Jetzt wirkt dieses Zeug an den Augenbrauen. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen weiteren Schritt. Und das ist die Fixation. Also das Fixieren des Produktes. Und wir sehen uns gleich wieder. 20 Minuten später. Ich mache zwischendrin immer folgend. Ich mache jetzt erstmal wieder die Folie ab. Ich gehe meistens zwischendurch nochmal mit diesem Spoolie hier durch. und kontrolliere das. Durch die Frischhaltefolie kann das immer so ein bisschen sich verschieben. Aber ihr seht schon diesen krassen Unterschied. Jetzt ist der Kleber auch wieder aufgeweicht. Und jetzt gehe ich nochmal ordentlich durch. Reicht jetzt auch mit dem Spoolie. Ich finde nämlich, dass die Haare dann so ein bisschen weicher geworden sind. Und dann kommt auch schon der, ja, der letzte Schritt. Und das ist das Fixieren. Und jetzt ist es ganz besonders wichtig, dass ihr das Ganze wirklich ordentlich einmal macht. Das klingt jetzt total kompliziert. Aber ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat, wisst ihr am Ende, wie einfach das wirklich ist. Ich nehme wieder das Sachet Nummer 2. Step 2 steht drauf. Und gebe mir das hier rein. Das ist diesmal so eine, ja, rosa Flüssigkeit. So sieht die einmal aus. Und dann nehme ich mir den sauberen Schwamm. Und trage mir das Ganze auch hier einmal auf. Was ich zwischendurch dann gemacht habe, ist, meistens mache ich dann noch eine Maske. Oder mache dann Multimasking. In dem ersten Schritt eine Maske, die so ein bisschen klärt. Im zweiten Schritt nehme ich dann eine Maske, die vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Und habe dann wirklich zwei Anwendungen in eins gemacht. Und am Ende des Tages, wenn man das runterrechnet, spart man eine Menge Geld und vor allen Dingen auch Zeit. Ich weiß, viele von euch haben Kinder. Da kann man nicht mal eben drei Stunden ins Kosmetikstudio gehen und sich die Bimpern und Augenbrauen färben lassen. Ihr könnt natürlich auch beides gleichzeitig machen, ne? Erst die Augenbrauen und dann macht ihr die eine Seite der Augen und dann die andere Seite der Augen. Und im Prinzip sind wir dann eigentlich schon fast fertig. Während das jetzt einwirkt, zupfe ich mir ein bisschen die Augenbrauen. Ich habe auch so einen Augenbrauenrasierer. Und mache mir alles mal so ein bisschen ordentlich. Und dann zeige ich euch gleich das Endergebnis. Für euch ist nicht wirklich viel Zeit vergangen. Für mich aber jetzt wieder schon fast 20 Minuten. Was ich zwischendurch immer wieder gemacht habe. Erstmal ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich den Spool hier hinten auch reinstecken kann. Und dann einfach hochgehen kann. Ihr seht, dass, oder die Fixierung ist so ein bisschen eingezogen. Ich habe hier außen so ein bisschen die Augenbrauen geschnitten. Habe mir einzelne Härchen gezupft. Und jetzt mache ich das Ganze sauber. Ich mache das meistens mit einem stinknormalen Kosmetiktuch. Oder wieder mit ein bisschen Alkohol. Aber meistens braucht man das nicht. Und dann habt ihr ein wunderschönes Ergebnis. Ich reibe wirklich auch die Augenbrauen nochmal hoch. Ich drücke sie erstmal hier, mache die Haut sauber. Und ihr seht sofort schon den Unterschied. Meine Haut wird natürlich immer bei Berührungen mit egal was ein bisschen rot. Aber wir korrigieren das gleich einmal mit ein bisschen Foundation und Concealer. Damit ihr wirklich unabgelenkt auf die Haare schauen könnt. Und jetzt seht ihr auch schon das fast fertige Ergebnis. Ich gehe hier jetzt nochmal durch. Und die Haare sind wirklich jetzt alle in eine Richtung. Vor allem hier habt ihr es gesehen. Da fielen die Haare so ab. Die sind jetzt in einer Richtung. Und ihr habt schon ein ganz anderes Ergebnis. Ich finde bei den Wimpern sieht man immer sogar noch ein bisschen mehr Effekt sofort. Beim Styling fällt es dann aber auf. Ich habe euch gleich nochmal ein Stückchen näher geholt. Dass ihr die Augenbrauen jetzt auch nochmal richtig schön von nahem sehen könnt. Was wir jetzt machen ist, wir stylen jetzt einmal die Augenbrauen. Dass ihr das Ergebnis fertig seht. Gehe hier durch und bürste die Augenbrauen in die richtige Form. Man braucht das eigentlich nicht mehr. Ihr seht, viel Veränderung habe ich nicht. Und jetzt sind die Haare auch richtig schön buschig. Was ich jetzt mache ist, ich füge einfach nochmal so ein bisschen Farbe an die Stellen, die ein bisschen kahl sind. Das ist meistens hier unten. Und steile meine Augenbraue. Und dann nehme ich mir einen flacken Pinsel und ein bisschen Concealer. Und schneide die Augenbraue wie früher einmal aus. Ich finde das macht das Ganze dann einfach jetzt vor allen Dingen nochmal ein bisschen klarer für euch zu sehen. Ich finde im Alltag braucht man es nicht. Ich mache es jetzt für euch einmal in der Kamera. Dass ihr den Effekt auch gut sehen könnt. Oben ein bisschen die Rötung jetzt kaschieren. Und so sehen die Augenbrauen fertig aus. Ich glaube auch nochmal auf die Entfernung könnt ihr wirklich diesen Unterschied sehen. Die Augenbrauen haben eine richtig schöne Form bekommen. Sie halten, sie sehen auch ungestylend. Einfach so ein bisschen perfektionierter aus. Und das Ganze innerhalb von, ja, einer halben Stunde zu Hause gemacht. Und eine Menge Geld gespart. Falls euch die Sets interessieren von NK, dann verlinke ich sie euch immer unten in der Infobox. Schaut da gerne vorbei. Linkt in den Code, falls ihr euch das auch holen wollt. Wie gesagt, es ist eine einfache Möglichkeit, das Ganze zu Hause zu machen. Bei den Lashes funktioniert das auch. Da habe ich jetzt aber ein frisches Lashlift einfach drauf gehabt von vor zwei Wochen. Und das wäre nicht fair gewesen, euch zu sagen, dass ich es jetzt gerade damit gemacht habe. Es war beim Studio. Mit den Augenbrauen funktioniert es super, super schnell und super einfach. Es tut nicht weh. Es macht ein bisschen Freude. Und man hat einfach mal eine halbe Stunde Zeit für sich. Hier seht ihr auch nochmal den Vergleich von vorher und das gestylte Ergebnis. Es ist auf jeden Fall ein Weltenunterschied. Und das sind diese kleinen Dinge, die das Make-up am Ende des Tages immer ganz speziell machen. Ich bin super gespannt auf eure Meinung, eure Erfahrungen zu Brow und Lashlifts. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich küsse euch. Bis zum nächsten Mal.